Ich weiss es net. Er ist schon in der ersten Episode gestorben. Wo ist Sylvie? Never trust a fucking Wildling. Ja hallo im Prinzip seid ihr ja auch Wildlings. Lol Errungen freigeschaltet, hear me roar. Das ist von den Lannisters der Spruch. Hört mich brüllen. Oh, es sieht frisch. Ja. Es sieht aus, dass sie es nicht auf den Block gemacht haben. Nope. Mmh lecker. Oh, schrecklich. Irgendjemand steht da vor der Tür. Rats. Sie sind überall in King's Landing. Oh Gott. Was hast du gedacht? Bestimmt net von ner Ratte. Oh da. Look at. Oh. No way to get this a light. I wonder if I could use it for something else. Jailor. Jailor. Shut it. Please come here. Wer bist'n du? Oh, how strong are these bars? Hm. I wonder what she's done. Frag sie doch einfach. Oh. Oh. Uh. Oh. 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 I wonder if she's done to the block. Hm. So don't give me that look. You can leave the judgment to the father, whatever gods you believe in. I don't judge you. We've all done things we're not proud of. Ich habe ein Sohn, ein kleiner Baby Boy. Ich denke, das Ruhige von seinem Haut, seiner Farbe von Brunnen. Es gibt nichts, was ich nicht tun würde, nichts, nur um ihn wieder zu halten. Oh, ja. Ja, das ist das, was hier zu gehen bedeutet, für mich. Was würdest du in meinem Ort machen? Ich werde ihn nicht wiedersehen. Deine Familie braucht dich. Nichts anderes ist wichtig. Ich mache was es, was es braucht, um zu leben. Was es braucht. Ach, was. Ja, so sieht es aus. Was willst du, huh? Oh, nein, nein. Come on, you. No, 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 please, wait, wait, no, get off me. Shut your fucking mouth. Ach, das ist das. Was ist das? Hm. Hm. Ich dachte mir, was du gesagt hast, und ich komme zum Schluss, dass du recht bist. Ludd wird sicherlich alle Forreste unter seinen Kontrollen verhören. Nur Forrester wissen, wie wirklich Ironwood arbeiten. Das ist sinnvoll. Und dann habe ich das Gefühl, dass es etwas viel wert ist, als deine Kenntnis von Trennen, Mira. Dein Name. I want you as my wife. Ah, ha, 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 ha. Your wife? Have you lost your mind? Not at all. This makes a lot of sense for both of us. I want Ironroth, and you're going to give it to me. It may not be the grandest castle in Westeros, but it's a start. Why would I do that? What's in it for me? You keep your head, of course, and I'll get you out of here. But if you don't value that, think of your bloodline. Your precious Forrester legacy. This is your chance to make sure it carries on. What are you talking about? Two of your brothers are already dead. That idiot Ludd will take care of the rest. One way or another. And it won't take me long to get rid of the harebrained fool myself. I'm sorry, Mira. None of your family will survive. Ironroth will fall to you. And through marriage, it will become mine. A hold fast in the north can only help my ambitions. Until I cut your throat in your sleep. Doubtless you'd try, given half the chance. But you won't be. It's fitting our betrothal begins in a cell. I'd say it's a perfect symbol for the rest of your life. You plan to keep me locked up? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my airs. Ah, genau. The murder of the Lannister Guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. You'll give up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. So, Mira. What do you say? Um... Das ist echt eine schwere Entscheidung. Aber sie ist... Ich finde sie ist naiv. Und gutgläubig. Und treu. What? You fool! I'd rather die. Fine. Have it your way. Ja. Ich sterb mit einem Lächeln auf meinem Gesicht. Piss, Nelke. Siehst du? Sie wird nicht weit weg. Nicht hier. Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Sylvie! Hey! Er ist mein Bruder! Ich bin nicht fertig! Als du hier fertig bist, kommt mir zu sehen. Es gibt etwas, ich muss dir zeigen. Ich glaube nicht, Gerard. Das ist das, was ich musste sehen, Kotter. Er ist nicht gut. Und er wird nicht mehr leben. Ich dachte, er wird Hilfe bekommen. Alles, was sie haben, hat es nicht funktioniert. Aber es ist nichts, was er zu retten. Das ist das, was ich brauchte, dass ich etwas für mich mache. Ich wollte ihn nicht mehr so schwer, Gerard. Es ist nur seine Angst, aber... Und das ist, wenn sie mich gefunden haben. Die Nachtschade. Ich brauch dich, dass du dich endest, seine Gefahr. Es ist unser Weg, Gerard. Du musst ihn mit ihm verschenken. Aber... Ah! Ich vertraue dir, das zu tun, Gareth. Sind Sie sicher, dass das, was Kotter will? Ich weiß, dass er würde. Wir lassen nie die Freien zufrieden. Du siehst, er ist in so viel Schmerz. Ach du Scheiße, das wird immer härtere Entscheidungen werden. Was guckt ihr so, ihr Pisser? Weg, wo ist mein Kumpel? Kumpel? Was geht hier ab? Alles in meinem Macht, um zu helfen mit deinem Freund zu helfen. Aber ich bin Angst, dass es zu lange ist. Nichts kann ihn jetzt retten. Sylvie hat mir gesagt. Nightshade? Was soll das machen? Was soll das machen? Und es hat keinen Platz in hier. Was machst du mit dem Knife? Es ist für dich. Oh, Mann. Gareth. Gareth. Ist das du? Ja, Mann. Es ist mir, Kotter. Ich bin hier. Wo ist Sylvie? Ich will sie sehen. Wo ist sie? Was hat etwas passiert? Don't worry. Sie ist direkt draußen. Sie hat mir geholfen. Ich dachte, sie hat sie weggezogen. Nee, alles gut. Ruhige dich, Gerrit. Geheimnis. Gernot zur Verwaltung, Gerrit? Sie müssen sich auf Silvie... Colter! Ich kann nicht mehr auf ihn! Oh, Alice. Forged from iron, the handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. You're here for a reason, Garrod. It's no accident they sent you. I speak only for myself, Garrod Tuttle. Lord Gregor trusted you with the secrets of the North Grove. He must have seen something in you. Your friend is dying. But his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. And his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Garrod. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But... We must do this, Garrod. I fear what might happen if we don't. Why me? Can't you do it yourself? Not alone. I'm far too weak. You saw what happened after the fight. My warriors? They're pulling away. Please, I need you to do this. For me. For the North Grove. All right. Garrod. Please. Can't take any longer. And his suffering. Use his life to make us strong, Garrod. Give him that poison. And his blood will be useless. So, you know the head back. I didn't mean to music. And they just addedAPus. Vielen Dank.